Hehehe What? Der will mit seinen zwei Schwänzen in mich rein? REE Gott, hier ist mir schon wieder ein Qualen, das habe ich einfach so vor mir hingeplappert Willkommen beim... Kandi plappert nur so vor sich hin Ey, mitten in der Kombo Giftet da mich an Oh Mr. Kombo beschwert sich über Kombo-Angriffe Ja tut er Ich bin wer, der diese Kombos macht Nicht die Dafür levelt man ja Ja WOOOOO Oh shit Oh shit Hi Oh shit Oh no 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 Okay, okay Ah Passt Titel nur die Kabe-Töter halten Opa-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ow Nein Nein holy shit rüpp meine elixiere jetzt ist der kleine weg okay okay jetzt kann ich in Ruhe beten So, komm mal hier hin, oh shiit. Jetzt kann ich in Ruhe beten. Shit. Ich muss meinen. The fuck? Jetzt kann ich in Ruhe beten. Shit. Ich habe da hinten auch irgendwo ein Schwein gehört. Oh. Aha, da ist der Schwein. You know what? Dafür ist es da. Get rekt. Oh shit, vielleicht doch nicht. Oh mein Gott. Oh. Okay. 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 Wir haben den down. Jetzt kann ich in Ruhe beten. Baden. Baden. Nicht beten. Falsches B-Wort. Ich sehe aus wie eine goldene Chris-Baum-Kugel. Ich bin nicht überlevelt. Ich werde immer überleveln. Dafür ist es ja da. Wenn andere nicht läffeln, dann sind es ja dumm. An dem sind sie gestorben. Was für Luschen. Ja, das ist aber cool. Man kann da läffeln. Da hätten sie immer ein bisschen läffeln. Dann wären sie dann zu oft gestorben. Die Kacknoobs. Also, solange Leichen noch warm und frisch sind, ist alles okay ich meine es auch ein bisschen sarkastisch so wechselst immer wieder ich finde ich bin mit dutchy genügend beschäftigt alle kommen das war knapp das war knapp jetzt weiß ich wieso der tödlich gestürzt ist das war knapp das war knapp auch direkt vorm fucking schwein weißt genau zwei millimeter davor schmeißen sich runter das alles das alles noch mal laufen dürfte sie ja 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 so sieht es aus wenden ist einer tschüss